Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns nun das letzte Formularelement angucken, und zwar ein nicht ganz unwichtiges. Bislang haben wir lauter Formulare erzeugen können, aber wir konnten sie noch gar nicht abschicken, weil wir dafür überhaupt nichts vorgesehen haben. Genau das wollen wir aber nun machen, indem wir Buttons einfügen. Wir hatten schon vor ein paar Videos ein Beispiel gesehen, wie man das macht, aber jetzt wollen wir uns das noch einmal vernünftig angucken. Hier verwenden wir einfach nur zwei Buttons und danach fügen wir das Ganze einmal zu einem kompletten Formular zusammen. Auf geht's, wie immer in Live. Wie üblich habe ich was vorbereitet, und zwar eine Datei, die heißt jetzt Schaltflächen, und ich habe hier einfach mal so eine Textarea, die wir ja schon kennengelernt haben, also so ein Textfeld, hier eingefügt. Das sah so aus, das hatten wir uns in einem der vergangenen Videos ja uns schon angeguckt. Und jetzt wollen wir dieses Formular hier mit Schaltflächen versehen, sodass wir das Ganze eben auch abschicken können, dieses Formular. Wie machen wir das? Nun, dafür verwendet man Schaltflächen oder eben auf Englisch auch Buttons. Und genau so heißen diese Elemente dann auch. Das heißt, wir können hier einfach hineinschreiben, Button. Und ein Button bekommt auch immer einen Typ mitgegeben. Und hier sehen wir halt, es gibt drei Stück, die wir hier zur Auswahl haben. Einen normalen Button, da kümmern wir uns gleich drum. Reset, der sorgt dafür, dass alle Eingaben, die in einem Formular gemacht worden sind, zurückgesetzt werden können. Also alles, wo immer der Benutzer irgendwelche Häkchen gesetzt hat, Texte eingegeben hat, irgendetwas ausgewählt hat, würde einfach wieder entfernt werden, sodass das Formular wieder frisch und neu ist. Das wollen wir aber an dieser Stelle nicht machen. Wir wollen als allererstes einen Button haben zum Abschicken des Formulars, also Submit. Den können wir natürlich beschriften oder den sollten wir beschriften, den Button. Und hier möchte ich eine Bestellung absenden, wenn ich das Ganze gemacht habe. Und wenn wir das Ganze hier drüben uns jetzt angucken, dann sieht das also so aus, dass wir hier ein Formular haben. Bestellung absenden. Wenn wir hier drauf klicken auf den Button, das ist ja ein Submit-Button, dann wird für das Formular der OnSubmitEventHändler aufgerufen. Das heißt, diese Funktion SpeichereDaten wird aufgerufen. Die macht in unserem Fall nichts. Das lassen wir auch im Moment mal so. Die soll einfach gar nichts tun. Das ist auch okay. Und was dann anschließend passiert, ist natürlich, dass die Seite bestätigung.html aufgerufen wird, weil hier der EventHändler ja true zurückgibt. Also soll die Standardaktion noch ausgeführt werden. Und wenn ich das jetzt einfach absende, dann wundern wir uns, dass hier tatsächlich was steht. Das liegt daran, dass wir im Local Storage von einem vergangenen Test, den wir hier durchgeführt haben, noch alte Daten drin stehen haben. Diese alten Daten bleiben halt erhalten. Deshalb ist es wichtig, wenn wir uns nochmal das Local Storage Objekt angucken, Da gab es auch so etwas wie Löschfunktionen für diesen Local Storage. Die haben wir uns nicht angeguckt, aber die können durchaus wichtig sein. Das haben wir uns hier gespart. Insofern stehen hier also noch veraltete Daten drin, die gar nichts mit dem Formular zu tun haben, was wir hier gerade haben, weil eben der Name ausgelesen wird und den Namen haben wir irgendwann eben mal gesetzt. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir da eben auch vernünftig mit umgehen. Und eben, wenn wir zum Beispiel ein Reset hier einfügen oder auch an anderen Stellen vielleicht dafür sorgen, dass unsere Formulardaten auch irgendwann mal wieder gelöscht werden. Nun wollen wir diesem Formular noch einen zweiten Button hinzufügen. Und das soll jetzt einer vom einfachen Typ Button sein. Und mit dem möchte ich nicht das vollständige Formular zurücksetzen, obwohl in diesem Fall läuft es darauf hinaus, weil unser Formular nur ein Element enthält, sondern ich möchte damit nur dafür sorgen, dass ein Text, der in dieses eine Feld hier oben eingegeben worden ist, nicht entfernt werden kann. Das heißt, hier hätte ich gerne eben einen Knopf, der soll, wenn er angeklickt wird, On Click, dann kann ich eben auch hier einen Event-Händler angeben. Und der soll einfach eine Bemerkung, die gegebenenfalls in das Feld Bemerkung eingetragen worden ist, löschen. Deshalb nenne ich diese Funktion mal Lösche Bemerkung. Die müssen wir natürlich noch schreiben. Und der soll dann anschließend einfach False zurückgeben. In diesem Fall ist das tatsächlich egal, was der Event-Händler zurückgibt, True oder False, weil ein Standard-Button, der einfach nur Button heißt, einfach nichts macht. Da kann der Benutzer klicken, bis er schwarz wird. Da passiert einfach gar nichts. Das soll die Beschriftung dann unseres Buttons sein. Und damit ist unser Button auch fertig. Und wenn wir das Formular hier drüben neu laden, dann sieht das Formular soweit schon mal ganz gut aus. Aber es passiert natürlich noch nichts. Insbesondere würde jetzt auch ein JavaScript-Fehler fliegen, weil wir ja lösche Bemerkung diese Funktion gar nicht geschrieben haben bislang. Und dafür müssen wir halt jetzt noch sorgen. Das heißt, diese Funktion werden wir jetzt oben in unserem Kopf, wo unser anderer Event-Händler schon steht, als einen weiteren Event-Händler hinzufügen. Das heißt, hier kommt jetzt ein weiterer Event-Händlerlösche Bemerkung hinein. Der erhält ebenfalls keinen Parameter bei uns. Das haben wir da unten nicht so vorgesehen. In diesem Event-Händler wollen wir jetzt dafür sorgen, dass das Feld dort gelöscht wird. Dafür müssen wir uns dieses Feld zunächst mal besorgen. Wie machen wir das? Das ist Document, GetElementById. Und das Feld hieß ja Bemerkung. So haben wir da unten die ID genannt. Wenn wir da nochmal reingucken in den Quelltext sehen wir das. Und davon wollen wir natürlich den Wert haben. Punkt Value. Und den hatten wir bislang immer nur ausgelesen. Was wir aber auch machen können, ist, dass wir ihn setzen. Wir weisen dem einfach die leere Zeichenkette zu. Und weil wir das gemacht haben und wir ja eben schon gesehen haben, dass eventuell alte Bemerkungen, die wir vielleicht mal gespeichert haben, immer noch im Local Storage stehen, müssen wir auch dafür sorgen, dass wir sie aus dem Local Storage entfernen. Eine gegebenenfalls vorhandene alte Bemerkung. Und das heißt, wir sagen Local Storage Punkt Remove Item. Und wie hatten wir das genannt? Auch das hatten wir Bemerkung genannt. Da hilft das jetzt, dass wir uns einigermaßen systematische Namen uns angeguckt haben. Sonst müssten wir nämlich jetzt nochmal nachgucken, wie wir eigentlich neulich die Bemerkung gespeichert haben. Das macht an dieser Stelle natürlich gar nichts, weil wir im Moment unseren Event-Händler hier oben ja gar nicht dafür vorgesehen haben, dass er auch die Bemerkung tatsächlich speichert. Im Zusammenspiel werden wir das Ganze aber gleich im nächsten Video uns nochmal angucken. So, und wenn wir das jetzt hier machen und hier drüben also das Formular nochmal aufrufen. Ist klar, wir können hier was eingeben und unsere Bestellung absenden. Da ändert sich nichts dran, weil wir das Feld ja gar nicht auswerten in unserem Event. Event-Händler speichere Daten. Wir können aber in diesem Formular eben auch hergehen, können die Bemerkung zum Beispiel löschen. Wenn wir da irgendetwas eingegeben haben, anschließend auf Bemerkung löschen klicken, ist die Bemerkung eben wieder weg. Das ist also genau der Sinn, den diese Schaltfläche hier hat. Und damit das eben funktioniert, wie gesagt, müssen wir eben einen Button schreiben, den wir selber mit Funktion versehen. Und das machen wir eben dadurch, dass wir eben einen On-Click-Event-Händler mitgeben. Damit sind wir dann auch mit den Schaltflächen durch. Das heißt, wir haben jetzt sämtliche Formularelemente kennengelernt, die wir im Rahmen dieser Vorlesung und dieser Videoserie kennenlernen wollen. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie das Ganze im Zusammenspiel funktioniert. Also das Formular, das ich ganz am Anfang der Vorstellung der einzelnen Formularelemente gezeigt habe. Das werden wir nun vollständig aus den Versatzstücken, die wir in den vergangenen vier Videos gesehen haben, zusammenbauen. Tschüss, bis zum nächsten Video.